Eberstadt unterhalb des Frankensteins, bei den Hafen Züchtern und Pogenschützern vorbei. In der Frankensteiner Straße in Eberstadt überqueren wir jetzt die Bundesstraße, weil wir auch immer das nicht zum Schmeißestand haben. Diese Gasfilme können uns hoch. Die Straße zu Frankenstein fahren wir nicht. Das ist ein Schmeiß, das ist ein Schmerz. Die Straße zu bringen, das ist ein Schmerz. Die Straße zu bringen, das ist ein Schmerz. Die Straße hat es noch nicht in die Erste. Wir sind auf dem Radweg entlang der alten B3. Wir sind im Jugendheim und fahren jetzt hoch Richtung Bahnkreisertal. Es geht jetzt Richtung Maliburgus. Wir sind auf dem Radkreisertal. Das war's für heute. Alles kaputt hier Immer noch die Abfahrt vom Melibogos, angeblich eine Einbahnstraße Haben wir es schon Ach, eilig Die Abfahrt vom Melibogos 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 Freiheits die Abfahrt vom Melibogos Das war ein 300 km Die Abfahrt vom Melibogos Die Abfahrt vom Melibogos Die Abfahrt vom Melibogos Wir fahren in Eberstadt Richtung Schwimmbadmühltal. 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 Wir fahren in Eberstadt Richtung Schwimmbadmühltal.